Es ist gerade schon gesagt, die EU handelt de facto wie ein verlängertes Instrument amerikanischer Außenpolitik. Also die Staaten, die der NATO beigetreten sind, treten kurz darauf auch häufig der EU bei. Interessantes Schema, die USA haben sich auch immer dafür eingesetzt, dass die EU möglichst groß erweitert wird. Also die USA haben sich beispielsweise immer für die EU-Osterweiterung, für den EU-Beitritt der Türkei sowie gegen den Brexit eingesetzt. Das ist sehr interessant, dass die USA quasi die EU so groß haben wollten, dass sie niemals zu einem eigenständigen Akteur werden kann, weil sie viel zu heterogen ist. Also das ist mal eine interessante Frage. Wie schätzt du es ein, dass so viele Länder mittlerweile Mitglied der EU sind? Sollte die EU noch weitere Staaten aufnehmen? Also ich sehe das momentan sehr kritisch, wenn wir, also unsere Größe im Moment, weil rein ökonomisch betrachtet, alleine die Osterweiterung der EU hat den Ländern ja jetzt nicht sehr viel gebracht. Außer, dass da jetzt Regierungen hochkommen, die jetzt versuchen, ihren Rechtssystem, also das Rechtssystem da jetzt auch teilweise auszusetzen. Und das Einzige, was es gebracht hat, ist Märkte für die starken wirtschaftlichen EU-Staaten. Mehr nicht. Dadurch geht es den Menschen in vielen Ost-EU-Ländern ja auch nicht besser. Und so eine Politik, nur um EU-Länder aufzunehmen, um dann neue Märkte zu erschließen, aber es verändert sich nichts dabei für die Menschen, es kritisch zu beäugen. Und wir sehen das jetzt auch am Beispiel Georgien. Georgien möchte der EU beitreten, aber pflegt auch Beziehungen zu Russland. So, und die EU sagt, das geht nicht. Und da ist ganz klar, da will man Machteinfluss, da will man Markteinfluss haben und versucht dabei, wieder andere Staaten wegzudrängen. Also ich sehe diese Größenordnung momentan sehr kritisch. Wir brauchen eigentlich mal jetzt eigentlich mal einen Stopp und müssen jetzt erstmal bewerten, wie ist überhaupt die Lage jetzt in den EU-Ländern und was machen wir da überhaupt und wie kann man den Menschen da aktiv helfen, dass es dem besser geht und nicht, dass es den Geldbeutel von großen Konzernen und von Machtpolitikern besser geht. Ja, du hast ja gerade viele Sachen angesprochen. Also zu Wirtschaftspolitik innerhalb der EU kommen wir vielleicht gleich noch. Aber das andere, was ich gefragt hatte, da fordert das BSW ja tatsächlich ein Moratorium für weitere EU-Erweiterungen. Also die EU, die ist jetzt schon zu groß und auf die Schnelle noch weitere Länder aufzunehmen, das wäre auch für diese Länder nicht unbedingt von Vorteil, wie du ja gerade richtig erläutert hast. Aber du hast vorhin angesprochen, dass einige osteuropäische Staaten ihr Justizsystem beispielsweise umbauen. Aber das ist ja was, da sollte die EU doch eigentlich nicht reinregieren, oder? Nee, da sollte sie nicht reinregieren, weil es ist ja auch eine Folge der EU-Politik, dass Staaten praktisch da, wo sie alleine agieren können, nicht alleine agieren dürfen, wo die EU dann auch reinredet. Und dann wird es in der Bevölkerung und auch in der Politik führt das dann auch zu einer gewissen Spaltung. Ja, ich sehe einige Sachen auch kritisch, wenn Rechtssysteme umgebaut werden, wenn mit in Polen zum Beispiel, sehe ich auch kritisch. Aber das ist eine Folge dieser EU-Politik, dass man versucht, sein eigenes Ding auf einzelne Staaten drauf zu drücken und Sachen, die man selber in der Hand hat. Und das ist eine Folge der Sachen, die da gerade passieren, zum Beispiel auch in Polen. Was ja auch ganz interessant ist, jetzt, wo der neue polnische Präsident da ja auch an der Macht ist, komischerweise wird das nicht wieder geändert. Also ich habe es noch nicht gehört, dass das geändert wird. Aber jetzt ist ja ein EU-freundlicher Präsident da an der Macht, dann hält man sich natürlich mit der Kritik zurück. Also es ist ein doppeltes Spiel, was da im Moment passiert. Und wir dürfen nicht zu viel hineinregieren in die einzelnen Staaten, sondern die Staaten sollten schon immer auch eine eigene Souveränität behalten müssen. Nicht nur das. Also in Polen, da hat der neue polnische Präsident ja rechtswidrig Säuberungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchgeführt, da seine eigenen Leute platziert. Da haben polnische Gerichte gesagt, nee, ist illegal. Der Präsident hat gesagt, ist mir egal. Also wir haben es wirklich mit einer rechtsstaatsfeindlichen Regierung zu tun. Und in dieser Situation hat die EU ihr Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingestellt. Also das hat einen sehr einfachen Grund. Der neue polnische Präsident Donny Tusk ist ein neoliberaler NATO-Freund und kein konservativer NATO-Freund wie der alte. Also die alte polnische Regierung, die war ja geopolitisch sogar auf Linie. Die hatte halt nur etwas konservativere Werte, hat LGBTQ-freie Zonen und sowas ausgewiesen. Also ja, eigentlich hatte er einige andere Vorstellungen und das hat schon gereicht, um Rechtsstaatsverfahren zu kassieren. Aber jetzt, wo ein liberaler Präsident an der Macht ist, hebt man das alles wieder auf. Also das ist schon sehr interessant, dass die EU hier für Parteipolitik genutzt wird, um missliebige Regierungen dann dadurch zu bestrafen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die EU nicht in die inneren Angelegenheiten von Ländern reinregieren sollte. Was erstmal natürlich die Organisation der Justiz angeht, aber zum anderen auch zu einem großen Teil die Wirtschaftspolitik. Also aktuell gibt es ja die Maastricht-Kriterien und den Fiskalpakt, die die Wirtschaftspolitik von Ländern, die Fiskalpolitik unter sehr, sehr strenge Auflagen setzen. Dass sie, also laut Fiskalpakt, nur 0,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts an Zusatz oder sogar ein bisschen mehr kommt darauf an, wie hoch die Gesamtverschuldung ist. Auf jeden Fall ist die Verschuldung, die Länder zusätzlich machen dürfen, laut Fiskalpakt sehr, sehr gering. Und das würde in Ländern, die so etwas versuchten, zu einem wirtschaftlichen Absturz führen. Also das BSW setzt sich hier doch zuverlässig für die ersatzlose Abschaffung dieser völlig irren Regeln ein, oder? Ja, natürlich. Was nützt denn, wir können doch nur investieren, wenn wir Schulden aufnehmen. Und das ist nun mal leider so. Wir sehen es ja auch, was letztes Jahr mit unserer Wirtschaft passiert ist, wo wir uns kaputt sparen für Krieg und für Waffen. So, das Geld fehlt einmal und dann fehlt natürlich auch viel Geld in anderen öffentlichen Sektoren, wie Schulen, Bildung, Infrastruktur, Gesundheit. Und es ist realitätsfremd zu sagen, ihr dürft nicht mehr Schulden machen. Wir müssen Schulden machen. Das gehört nun mal leider dazu, um etwas zu investieren, um später da wieder etwas rauszubekommen, damit wir nicht mehr so viele Schulden machen müssen. Das ist eigentlich ein Grundgesetz. Das sollte eigentlich so sein. Alle investieren, bloß wir nicht und unsere Wirtschaft schrumpft oder stagniert. Und leiden darunter tun die Menschen, nicht die Regierung. Das muss man auch immer sagen. Also, Fabio hat ja sich auch schon oft eingesetzt für die hier goldenen Regeln, die endlich zu reformieren. Und natürlich ist das auch für Europa, für die EU ist das natürlich genauso. Ja, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Du sprichst gerade die Schuldenbremse im deutschen Grundgesetz an, die tatsächlich vom Fiskalpakt inspiriert ist. Sag ich mal, auch seltsam, dass man da sowas dann ins Grundgesetz schreiben muss. Das ist eigentlich ein Missbrauch unserer Verfassung für ideologische neoliberale Ziele hier. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich meinte gerade wirklich die Fiskalregeln auf EU-Ebene. Also den Fiskalpakt und die Schuldenregeln von Maastricht. Also drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr an Neuverschuldung und 60 Prozent an Gesamtverschuldung. Dass diese Regeln ersatzlos abgeschafft werden. Also da haben wir von dir gerade Wort, dass sich das BISW dann in Brüssel dafür einsetzen wird. Ja. Das steht auch so in unserem Wahlprogramm. Dass wir für eine vernünftige Wirtschafts- und Finanzpolitik steht. Und solche Regeln sind natürlich ein Todesstoß für ganz viele Staaten, wenn sie nicht weiter investieren können und ihre Sektoren weiter aufbauen können. Klar.